das lange wochenende ist rum zumindest mal aus amerikanischer sicht und ich hatte es vor dem wochenende erzählt auch aus sicht vieler händler die sich weltweit anschließen und sagen wenn die amerikaner nicht richtig machen dann machen wir es auch nicht der dax nicht so doll in die woche gestartet wir sehen dass wir auf tagesebene den index hier deutlich niedriger sehen also deutlichen rücksetzer das ganze vielleicht kommt ja jetzt tatsächlich mal der angriff auf diese marken wir erinnern uns so die 14.000er marke ein bisschen drüber vielleicht 14.050 irgendwie sowas in der richtung eigentlich fände ich es besser wenn es in diesem ausmaß ist also das wäre ja ungefähr die box hier bei 13.800 ganz grob gesehen das muss nicht exakt so sein aber so mal als als eine größenordnung als eine idee dazu wäre das durchaus nachvollziehbar also kann auch inzwischen ein bisschen höher sein da muss man noch mal schauen wo lege ich das idealerweise an wo muss ich da den hochpunkt beziehungsweise die entsprechenden marken da ansetzen also ein bisschen höher als das wäre das denkbar für diejenigen die jetzt sagen ja dann mach doch mal dann zeigt doch noch mal wieder das gemacht hast also die idee ist ja dass wir diesen rücksetzer so ähnlich groß wie wir das hier haben das ist bitte bitte jetzt nicht dass ihr sagt hier das ist die entscheidende marke nee genau das ist es nicht ist nur drum ja du redest von rücksetzer muss ich mit etwas kleinem rechnen mit etwas großem rechnen wir sehen dass diese hier ähnlich groß sind und viel weniger rücksetzer mitbringen würden das ist allerdings möglicherweise ein untergeordneter wellengrad im sinne hier irgendwie so einer geschichte hier als vielleicht dritte welle dann hätten wir das als erste zweite die dritte eben die lange hoch und jetzt hier möglicherweise eine vierte die uns nicht nur hier hin bringt sondern vielleicht sogar irgendwo in diesem bereich also 13.900 vielleicht sogar auf den neuen hochpunkt gerechnet aber wie gesagt das ist nur eine orientierung das ist also nicht jetzt dass der kurs genau dahin laufen muss und dass er exakt an der stelle dreht aber nehmen wir mal an er würde ungefähr in diese zone hier gehen dann wäre das gerne das pandor dieser geschichte und wenn das schön korrektiv ist dreiwellig oder irgendwie sehr sehr wackelig dann wäre im nachgang immer noch eine fortsetzung nach oben gar nicht so außergewöhnlich im sinne einer fünfwelligen aufwärtsbewegung aber ihr seht schon das ist erst noch mal zukunftsmusik denn aktuell ist der kurs eben alles andere als doll unterwegs auf dem weg nach oben deshalb meine aktuelle überlegung ist dass wir in einer korrektur jetzt im moment dass die ansteht und die geschwindigkeit dieser bewegung die wir jetzt hier sehen deutet sich ja auch ein bisschen so in der richtung an also wenn ich das so halbwegs sehe sind wir schon wieder sehr sehr dynamisch nach unten stellt euch vor wir bekommen hier beim dax irgendwie sowas in der nächsten zeit oder von mir aus auch a b c oder triggert hier die unterseite dann wäre das die perfekte einladung hier für noch mal ein zwischenschort also zumindest mal die aussichten in diese richtung entscheidend dafür allerdings nicht nur dass die seite recht stark ist sondern dass diese hier schwach wird das wissen wir noch nicht genau dass da fehlt noch mindestens einer dieser schlenker damit wir so eine a b c situation bekommen oder eben anders korrektiv überschneidend wackelig das wäre zumindest mal so ein bisschen ein indiz und würde er noch mal für die abwärtsseite sprechen und wie gesagt das potenzial bis zu diesen grünen marken die ich jetzt mehrmals schon erwähnt und erklärt hatte das wäre gar nicht so außergewöhnlich jetzt also shorten also aus meiner sicht immer erst dann shorten wenn diese korrektur ist und wenn er das zwischentief hier durchstößt das ist für mich immer wichtig dass wir dann auch getriggert werden damit wir nicht zu früh reingehen in den markt sondern dass wir dann erst reingehen wenn der markt das ganze durch den bruch dieser marke dann noch mal bestätigt das ist zwar keine garantie aber es erhöht die wahrscheinlichkeiten richtig zu liegen enorm und deshalb will ich da ungern darauf verzichten bullische szenarien gibt es aktuell aus meiner sicht beim dax wenig können wir beim fdax gucken beim ganz kurzfristigen also wenn es da irgendwie was schub hoch wackelig jetzt geht im fünf minuten chart okay da kann man vielleicht durchaus noch mal was machen aktuell muss ich aber ganz ehrlich sagen finde ich dieses bild zu relevant als er sich da noch groß einsteigen will wer allerdings zum beispiel heute nachmittag morgen früh irgendwie sowas in diese richtung sieht im chart der hat natürlich entsprechend die long trigger als möglichkeit aber das wissen wir noch nicht ob das passiert deshalb klammern wir das vorsichtshalber mal ein wenn es so sein sollte dann ist es eher wohl die long seite die man da machen kann aber aktuell würde ich da eher dezent unterwegs sein das sieht mir noch zu angeschlagen aus was wir hier jetzt haben und wir denken dran es war ja auch hier diese ending situation ich hätte letzte woche erklärt die dafür spricht dass jetzt so langsam aber sicher mal die luft raus ist und der kurs mal ein bisschen tiefer gehen darf wie passt das zum dow jones auch der dow jones hätte eigentlich einen ganz guten grund jetzt mal so ein bisschen langsam zu tun wir hatten das alte hoch hier durchstoßen wir sehen heute hier beim future zumindest schon mal ein deutlicher abwärts bewegung können wir beim index vergleichsweise gucken auch der index deutlich niedriger seht das jetzt hier 34.090 aktuell hier der stand zum video also das ist jetzt kein drama von der abwärts bewegung bei weitem nicht aber würde es nicht unrealistisch erscheinen lassen dass der kurs jetzt mal in die gegenrichtung geht von der seite aus bin ich davon überzeugt im kürzerfristigen chart nein wenn ich ehrlich bin noch nicht so richtig denn was ich bisher hier in abwärts bewegung sehe ist dann doch ganz schön korrektiv noch das mag ich eigentlich nicht so gerne sehen und wir dürfen nicht vergessen dass hier noch diese letzte aufwärts bewegung wo hatten wir hier die letzte größere pause war hier dann sind wir aktuell hier in der pause also noch ist das auch überlappungsfrei also so richtig überzeugt von der short seite bin ich hier noch nicht für all diejenigen die noch long sind könnte man also weiterhin die überlegung fortführen den stop einfach hinterher zu ziehen ich hatte das letzte woche schon mal so ein bisschen erklärt da hat sich einem grundsätzlichen nichts geändert wenn ihr im vier stunden chart nachgezogen habt habt ihr hier oben schon nachgezogen und seid ausgestoppt worden ziemlich am höchsten punkt das ist ja ganz gut wenn ihr die etwas weitere variante den super trend habt habt ihr da noch ein bisschen platz ihr seht dann sind die levels hier so ein bisschen 34.020 auf dem future jetzt gerechnet ein bisschen tiefer ihr könnt es hier teilweise ablesen nicht so richtig 15 wäre es hier auf dem future kurs gerechnet nicht dass das der beste stop ist den man haben kann ihr seht da wird man manchmal auch zwischendurch ausgestoppt aber ist einer der mehrheitlich zumindest mal große teile von bewegungsausmaßen durchlaufen lässt und wenn man dann halt zwischendurch mal raus fliegt dann kann man sich immer noch überlegen ob man neueinstieg dann hinkriegt und wenn nicht dann wartet man halt bis der nächste klarere arm dann entsprechend kommt aktuell ist allerdings noch kein echter druck auf der abwärtsseite wir sehen das im 5 minuten chart hier und dass das ganz schön überschneidung hier noch mit sich bringt also so richtig glücklich bin ich da nicht auch wenn man hier hinten guckt da hätte man jetzt so fast den eindruck mensch könnte das wieder aber auch der ist ja wieder überschneidend irgendwie wollen die marktteilnehmer noch nicht so richtig aber die long seite wie gesagt wer nicht jetzt schon long ist ich würde es persönlich nicht mehr machen und wer die short seite machen will dann wenigstens warten dass wir schön korrektiv je korrektiver wir nach oben unterwegs sind je klarer das bild symmetrie ist ein punkt die größenverhältnisse dass die passen ich habe es häufig gezeigt mit den fibonacci retracements je besser das passt dann ist es für mich immer umso besser ein trade wenn das nicht so deutlich ist dann bin ich da etwas zurückhaltend der S&P der ist gar nicht so doll unterwegs aktuell der S&P nach diesem angedeuteten 5 Weller den wir jetzt hier ja hatten auch im moment hier auf dem weg nach unten also insofern kann ich mir sogar vorstellen dass der markt als nächstes hier nochmal so ein bisschen in diese richtung runter kommt also das heißt das wäre ein möglicher 5 Weller den wir hier haben also irgendwie sowas in diese richtung wundern würde mich das nicht allerdings dürfen wir nicht vergessen rücksetzer dieser größe in etwa und dann sind wir hier wieder überschneidend also alles irgendwie noch nicht so richtig der burner für die long seite also man kann vielleicht auch davon ausgehen vielleicht kriegen wir noch ein bisschen weiter nach oben wir haben ja hier noch ein bisschen platz bis zu der fallenden trendmarke einige hoffen ja noch auf die jahresendrallye und ich will nicht sagen dass die nicht stattfindet aber zumindest mal für heute nachmittag ist meine freude auf der long seite erstmal durch denn wenn wir so eine starke abwärtsseite sehen so eine heftige abwärtsseite dann ist das erstmal nicht gut die letzte hoffnung ist haben wir schon eine überschneidung ja oder nein wir gehen mal im 4 stunden chart also dieser rücksetzer den wir hier haben so gerade eben also wenn wir ein bisschen die augen zudrücken könnte man auch sagen überlappungsfrei hier auf dem weg nach oben also sprich diese korrektur die wir hier haben und diese hier vielleicht gerade so eben noch nicht überlappt aber wie gesagt das ist sehr dynamisch hier runter gekommen ich habe die befürchtung wenn wir jetzt wirklich etwas korrektives haben was heißt die befürchtung dann hätte ich den vorteil dass ich für mich zumindest mal die short seite die attraktivere finde denn die ist relativ stark wenn diese seite jetzt schwach ist wird die sollte allerdings auch steigende tief steigende hochs in irgendeiner form haben auch hier alternativ a b c dann wäre das die triggermarke um das nochmal zu erwarten das ist so ziemlich mein lieblingsszenario was ich am liebsten handel wenn es um diese verhaltensmuster hier geht denn das ist die erste welle und damit kommt typischerweise wenn danach eine korrektur ist nochmal die dritte welle ob eine fünfte kommt das weiß man immer nicht so genau das kann ja auch beim a b c bleiben aber dass nach einer ersten nochmal eine dritte kommt die dann nochmal in die richtung geht das muss nicht exakt gleiche größe sein aber irgendwie sowas in der richtung das ist gar nicht so außergewöhnlich mögliche ziele dafür fallen mir jetzt auf 39 also 3970 irgendwie sowas das hängt aber noch maßgeblich davon ab kommt das kommt das tiefer kommt das höher wie groß wird das denn ihr seht der startpunkt ist ja relevant die länge hier des ersten teils ist relevant und der startpunkt deshalb ist das nur so wie sagt man auf englisch educated guess also das kann man noch nicht wirklich sagen genauso wird das entsprechend passieren sondern wo man nur sagen das wäre mal zumindest etwas woran man sich orientieren kann wartet aber auf dieses hier und wie gesagt der trigger ist aus meiner sicht ganz relevant also abwärts für den s&p wie sieht es beim nasdaq auswertenform wochenende irgendwann ich weiß nicht mehr ganz genau welchen tag das war aber haben wir mal überlegen vielleicht kommt die fünfte welle hier nach oben also so grundsätzlich dieses szenario an sich finde ich das auch in ordnung ihr wisst ich handel nicht so gerne die fünften welle aus den immer wieder angesprochenen gründen dann wäre man hier schon getriggert ist man im moment allerdings unter wasser ihr seht das also wenn ich das mal hier weg mache dass das nicht so doll ist das der grund warum ich die fünfte welle per se eigentlich nicht handel wenn dann die dritte welle der fünften welle und da hatte ich euch mal hier ein beispiel gezeigt wie das ungefähr aussehen müsste den anstieg den vorderen teil also das was hier so nach oben geht das sieht ja manchmal größer können das besser nachvollziehen der anstieg sieht ja ganz okay aus hier aber der rücksetzer der müsste dreiwellig oder irgendwie korrektiv sein und jetzt vergleichen wir mal eben das ist es nicht und damit ist das long bild was ich eigentlich anstrebe wo ich sage naja gut dann ist das wieder die erste das wäre die zweite und das die dritte das erstmal gestorben also für mich ist die long seite bei weitem nicht so attraktiv aktuell wer jetzt hier natürlich long ist der kann natürlich die situation weiter reiten stop hier lassen so wie wir es hier mal vorgeschlagen haben als eine möglichkeit hier für das ausreizen einer fünften welle es kann ja doch noch nach oben gehen aber die chancen dafür sind bei dieser abwärtsbewegung halt nicht ganz so stark kann oder sollte man das ganze noch anpassen ja eine möglichkeit wäre wenn wir jetzt hier so eine scharfe abwärtsseite haben dann wüsst ihr ja so sieht zum beispiel dann ein short szenario aus und nehmen wir mal an ihr seid hier long gegangen weil ihr sagt ah fünfte wellen ich mache das trotzdem ich versuche das mal vielleicht läuft es ja noch in diese richtung dann wäre die möglichkeit den stop spätestens mit dem short trigger den stop sofort auf dieses niveau hier nachzuziehen warum naja weil wenn ich hier ein short trigger kriege brauche ich meine long position nicht unbedingt das heißt dann kann ich die auch nachgezogen schließen das heißt ich habe da nicht das volle risiko wenn ich das jetzt hier so in etwa sehe sondern dann eben ein reduziertes ungefähr die hälfte oder wo dann auch immer der trigger exakt liegt umgekehrt wer eher die dritte welle handelt der würde ja sowieso auf den trigger warten das können wir im moment uns wohl abschminken denn das sieht nicht nach einer korrektiv situation aus also die long seite ist im moment jetzt was das angeht längst nicht so der attraktive part des marktes und jetzt gucken wir uns mal die short seite an der arm gefällt mir super schöner kann man eigentlich eine starke abwärtsbewegung nicht ausmachen und dabei spielt die höhe für mich keine rolle weil viele immer sagen ja aber dass die die höhe spielt doch wie viel prozent das ist für mich uninteressant eigentlich weil wir denken ja immer relativ an der börse ja immer in bezug auf irgendwas so und wenn ich diese bewegung sehe dann ist das eine starke weil wir haben wenig gegenbewegung haben alles nur so kleine gegenbewegung hier und die sind nicht wirklich überschneidend diese gegenbewegung das heißt das scheint mir die starke bewegungsrichtung zu sein und jetzt wäre toll wenn wir eine gegenseite haben die idealerweise möglichst wackelig ist am wunschmäßigsten fände ich es jetzt so das ist kein versprechen dass das passiert warum fände ich das am tollsten da ist die die verwechslungsgefahr am geringsten natürlich wer mit starvem auge hinguckt der sagt aber das ist doch auch schon korrektiv guckt doch mal hier gegenbewegung gegenbewegung das überschneidet doch auch ja dann wäre hier schon ein sehr aggressiver einstieg für die short seite der ist zugegeben etwas aggressiv warum ist der aggressiv zwei sachen die ich beachte das eine das kennt ihr das ist die höhe und ihr erinnert euch ich mag gerne wenn die gegenbewegung hier hinläuft sind wir was willst du dann ruhig ja wir sind 50er mager ist doch genau wie du immer sagst als also nicht genau aber in dem fall ist es sogar ganz genau aber dass es in diese zone reinläuft aber ich habe immer noch ein zweites kriterium ich will dass die größenverhältnisse der bewegung einigermaßen zusammenpassen das erhöht die chance richtig zu liegen sprich ich möchte eigentlich nicht dass der anstieg der hier in dem fall korrektiv sein sollte steiler ist als die abwärtsbewegung hier seht ihr das wäre gleiche steilheit das heißt idealerweise würde ich mir wünschen dass er hier hinten reinläuft also sprich wenn er jetzt a b c macht wäre ich noch glücklicher ich muss allerdings dazu sagen dass natürlich aufgrund von feierabend handel nachthandel das ist ja hier amerikanische nachtzeit damit unter dann zeit in die länge gezogen wird hier ist ebenfalls noch mal nachtzeit also wenn ich das immer so halbwegs raus rechnen würde so diese zeiten das ist jetzt dann mit europäischer tageszeit wenn man sagt nee ich will nur den amerikanischen handel dann würde man sogar das auch noch mit raus nehmen dann ist das sicherlich schon etwas steiler aber wie gesagt noch lieber ist es mir damit die verwechslungsgefahr nicht so groß ist dass wir hinten rein laufen also die höhe 11.750 bis 11.820 finde ich grundsätzlich in ordnung so ganz grob da sind wir ja wie gesagt mittendrin aber wunschgemäß noch ein bisschen mehr zeit verbrennen sprich noch mal diesen umweg den haben wir schon gemacht dann diesen und danach noch mal hier rein dann sind wir nämlich mit dem endpunkt der bewegung dort wo ich ihn auch zeit wie gesagt das ist nur eine orientierungshilfe damit man nicht die korrektur also korrektur kann man sich vorstellen ist wie eine pause gut jetzt jeder arbeitgeber sagt doch doch die pausen sollten immer kürzer sein als die korrektur als die als die hauptarbeitszeit aber an der börse sagt man also nicht zu hektisch pause machen das ist dann auch wieder nicht so gut also das sollte nicht mehr dynamik haben als das was wir als hauptrichtung angeben deshalb bin ich da noch so ein bisschen vorsichtig nichtsdestotrotz wer sehr aktiv ist und sagt ja komm da gehe ich doch noch mal hier in die vollen der kann natürlich für die nächsten minuten oder für die nächsten stunden mal das hier im auge behalten starke abwärtsbewegung überlappungsfrei wackelig hier hoch könnte schon den nächsten kleineren short trigger mit sich bringen und ihr seht ich habe ja auf ganz unterschiedlichen zeitebenen immer wieder solche verhaltensmuster wenn ich sie nicht sehe dann sehe ich sie nicht wenn ich sie sehe aber sie sehr undeutlich sind dann handel ich sie nicht und wenn sie sehr deutlich sind und ich sie sehe dann muss ich ganz ehrlich sagen wenn ich sie sehr schön um sie umzusetzen so in diesem sinne euch erstmal alles gute ganz liebe grüße toi 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 und bis zum nächsten beitrag